Hey ho ihr da draußen vom Monitor, herzlich willkommen bei einer kleinen Folge Diablo, aber heute mal nicht Hardcore, nein, ihr seht es ist jetzt eine Runde, ja Softcore, auch nicht wirklich, nein wir spielen gar nicht eigentlich, worum es mir geht. Der Zuschauer Forza hatte mich gefragt, ob ich nicht mal meine Charaktere auf Diablo vorstellen kann und klar Forza, mache ich gerne, mache ich gerne für dich und ich würde sagen, vielleicht interessiert es den einen oder anderen auch. Auch dementsprechend schauen wir mal rein, also 90% spiele ich hier mit meinem Craxelos, also meinem Softcore Bar Level 76, ich habe mittlerweile auch schon einen Hunderter, der ist jetzt allerdings stillgelegt, ist ein reiner PvP Char, warum seht ihr gleich. Und ich stelle euch jetzt einfach mal nach und nach meine Chars vor, wie ich es verwende, auch mit den Builds, die ich größtenteils verwende, je nachdem was es für eine Klasse ist. Also da ist auf einmal, ist auf jeden Fall unser Craxelos, mein Softcore Bar, derzeit auf Will wird ausgelegt. Warum seht ihr mal ganz fix hier, MP10 wie gesagt, das habe ich noch gar nicht gesagt, ich sage immer wie gesagt, das ist eine dumme alte Angewohnheit. Egal, MP10 ist das ganze gute Ding und dann geht es auch schon los, einmal kurz, das ist der typisch klassische Wirbelwind, hier und da eine kleine Skillveränderung, ich nutze halt sehr gerne überwältigen. Warum, wieso, weshalb, seht ihr eigentlich immer ganz gut im Guide, den ich, äh, richtig, nein, wirbel im Guide habe, ich glaube, äh, das erwähnt, warum ich diesem Build verwende. Gucken wir mal rein. Nebenbei natürlich mit, äh, zerfleischen, gibt nochmal extra Wut, beziehungsweise nicht Wut, sondern in dem Fall auch, äh, Schaden. Also es ist, bei einer Scorn, ich trage hier eine Scorn, wie gesagt, ich gehe auch gleich nochmal ganz kurz auf die Crip ein. Ähm, bei einer Scorn ist zerfleischen einfach unersetzbar, also richtig, richtig geil. Macht schon Mordschaden, man sieht es, glaube ich, ganz gut, also wie gesagt, MP10 und es gibt hier ganz, ganz wenig Gegner, die mir wirklich das Wasser reichen können. Klingt vielleicht ein bisschen eingebildet, aber es ist halt wirklich so, dass ich euch daran Ding machen, äh, Ding festmachen, dass ich hier so ultra gut bin, natürlich nicht. Ähm, es ist einfach das Problem, dass MP10 Schluss ist, ne, man hat jetzt einen Punkt im Spiel erreicht, wo man doch relativ gut ausgestattet ist, man sieht es jetzt hier an den DPS, 559.000. Im Singleplayer, es fehlt einfach das, es fehlt ein höherer MP, also Multiplayer, nee, äh, Monsterstufe. Wo ist denn unser Wegpunkt? Da unten war der. Das wäre hier unser Wirbelwind-Fritze, den ich einfach, äh, zum Farben nutze für Trash, für Elite weniger. Ähm, Trash, wie gesagt, die Gegner fallen in Sekunden um, das geht relativ fix. Und was vielleicht noch ganz nützlich ist, beziehungsweise was ich vielleicht noch erwähnen sollte, was ich auch noch sehr gerne spiele, ist der Hotabarb. Der eine oder andere wird es auch so ein Guide kennen, den ich mal fertig gemacht habe. Wäre eine Skilländerung, ich, äh, äh, ändere drei Skills, mein Gott, so, ähm, hau mir hier einmal Heap rein, einfach um so relativ schnell mal Wut reinzusammeln. Hier haben wir eine Uhren mit, äh, Schlag und dann haben wir hier Amoklauf mit 10% kritische Trefferschanze, können wir permanent spammen. Der Rest bleibt so. Zwei Einhänder einfach aus dem, äh, Killspeed. Wir haben jetzt hier, äh, eine IES von 2,48 ohne Berserker. Mit Berserker sehen wir gleich nochmal, gucken wir gleich nochmal rein. 61,5% kritische Trefferschanze und, ähm, 562% kritische Trefferschaden. Das wäre das Grobe. Was daran so toll ist, zeige ich euch mal ganz fix. Ich gehe mal ganz kurz hier in den Krypto, holen die Elite raus. Also das ist jetzt hier ein Bild, der speziell für, äh, Elite sehr, sehr gut geeignet ist. Warum, seht ihr gleich. Man haut einfach einen Mordschaden raus. Die Geister lasse ich mal, die laufen hier zu schnell weg. So, dann gehen wir hier mal ganz fix rein. Und hier seht ihr schon, ups, das ist er. Den Schaden, den wir raushauen, der ist einfach, also, eine Mülle ist hier nichts. 1,2 Mülle geht relativ. 1,2 Mülle geht relativ gut, relativ zügig. Ähm, das sieht jetzt vom, vom, äh, Schade DPS, also, von Anzeigen DPS ein bisschen wenig aus, mit, äh, knapp 500.000. Allerdings macht der SJ noch mal 30%, beziehungsweise 28 oder 29% aus meiner, äh, mehr Schaden auf Elitegegner. Dadurch ist dieser Bild halt, beziehungsweise in Kombination mit dem SJ, also, Stone of John, wirklich extrem gut. So, mal ganz fix in die Stadt zurück. Ne, ich gehe mal ganz kurz zurück. Geht schneller. Ganz kurz zum Wegpunkt. So. Gut, hier werden noch im Kampf angezeigt, sind wir natürlich nicht mehr. Ähm, ja, ich zeige euch das nochmal ganz fix. Hier haben wir zum Beispiel, ähm, 6% auf Heiligschaden. Sinnvoll wäre noch Kälteschaden. Ähm, ich habe meinen Kälteschadenring, aber ersetzt durch Heiligschaden. Äh, warum? Einfach, weil der hier, äh, mehr Ressourcenkosten beim Hammer der Uhren hat. Also, ich verbrauche halt 3, 3 Wut weniger pro Schlag. Ein Schlag kostet, äh, 20 Wut, das heißt 17 Wut und, ähm, das macht sich bemerkbar. Und Kälteschaden wäre halt noch ganz sinnvoll, da man damit auch gleichzeitig die Gegner, äh, Friesen kann. Wäre, glaube ich, nochmal eine Überlegung wert. Muss ich mal die Tage reingucken. So, jetzt skille ich wieder ganz fix auf mein W-W-W-W, wobei, egal, mache ich später. Das wäre jetzt hier mein Wirbelwind-Barb. All-Race hat er so um die 500. Reicht vollkommen aus, weil ich kriege genug Live-Leach rein. Ich habe jetzt hier Live-Leach mit meiner Scorn von, ich glaube, nur 3%. Gucken wir mal. Leben pro grobtes Leben, 3%, ja. Also nur mein Passiv-Rune. Man könnte sich noch eine Scorn holen mit, ähm, Live-Leach. Habe ich jetzt nicht dran gedacht damals, wo ich die gekauft habe. Äh, sondern habe hier mit IAS genommen, was eigentlich totaler Schwachsinn ist. Also, kauft euch lieber eine Scorn mit Live-Leach, ich nehme dafür dann die Rune Bluthorst raus und dafür dann, ähm, Aberglaube als Beispiel. Oder Raufbold wäre vielleicht auch noch ganz gut. Das wäre es zu dem Barb hier. Mein Kraxelus, mein Farm-Barb. Das hauen wir mal wieder rein. Und ist einer, das spiele ich jetzt gar nicht mehr so häufig, muss ich sagen, weil am häufigsten spiele ich mal WD. Eine extrem geile Klasse, die ich die letzten Tage wirklich lieben gelernt habe, beziehungsweise die letzten Wochen eigentlich schon. Darum zeige ich euch auch ganz fix. Man haut einfach, ich habe es im Soft, ach, im Hardcore-Let's-Plan, in der letzten Folge, vorletzte Folge, habe ich euch das mal erwähnt. Man haut einfach einen unglaublichen Schaden raus. Ich zeige euch das gerne einmal. Vorausgesetzt, wir kommen ins Spiel rein. Irgendwann. Im Laufe des Jahres. Ach, ja, ist ja gar nicht mehr so lang. Ist schon fast vorbei hier. Meine Güte, braucht der lange, das ist ja schrecklich. Gut, das ist jetzt WD. Also, wie heißt der Gute? Keine Ahnung. Irgendwie. Ja, egal. Das ist mein WD. Ich wechsle mal ganz kurz auf meinen Powerring. Dann haben wir eine DPS von 259.000. Das ist knapp 260.000. Knapp, ja, 760 RRs, 3300 Rüstung. Ist noch ein bisschen wenig, geht noch mehr, aber ist erstmal ausreichend. Und das einfach gigantische an diesem Bild ist. Es nennt sich, ich weiß gar nicht, wie sich das Ding nennt. Fledermaus schießt. Oh, guck mal, normal. Zack, One-Hit. So schnell geht das. Ja. Ich sag doch, geht's auch schnell. Natürlich, den falschen Schild geht jetzt gerade drin. Verdammte Axt. Entfernen und MP10 passt. Letzte Quest nehmen wir auch mal rein. Und Start. Deswegen hat der wahrscheinlich auch so lange Braucht, gerade beim Laden. Der hat sich irgendwo und hat, höh, Kraxel auf normal. Was ist da los? Wieder einer gestorben auf Hardcore oder was? Gut, dann warten wir nochmal ganz kurz. Ich nehme mir einen kurzen Schluck aus der Energy-Dose. Meine tägliche Dose ist es. Gut, probieren wir das Ganze nochmal. Ja, das hier ist Fledermaus. Ich weiß nicht, wie man den Bild nennt. Ist ein sehr weit verbreiteter Bild beim WD. Macht auch wirklich einen Mordschaden. Man kann super pullen. Also ist wirklich auch ideal zum Leveln, wie man sieht. Die Gegner laufen dann alle mit. Dann hauen wir einmal Entsetzen rein. Und dann geht's auch schon los. Mit Geisteswander. Bei mir die drei covern halt. Ihr seht schon, der Schaden ist wirklich überirdisch, den man hier rausballert. Der ballert noch mehr Schaden raus als mein Barb. Also wirklich extrem fett. Nochmal dasselbe. Wir warten einmal ganz kurz. Die Heuschrecken springen rum. Wir schmeißen einmal unsere Fledermäuse rein. Also den Skill können wir spammen. Das ist bei mir die rechte Maustaste. Geht ratzfatz, wie ihr seht. Aber ich würde euch das Ganze gerne nochmal an einem Video... Ach, an einer Elite-Gruppe zeigen. Ne, 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 komm. Der hält dich fest. Da habe ich keinen Bock drauf. So, hier können wir auch nochmal ganz fix machen. Immer kurz. So, kurz Flea. Ach, mein Heuschrecken rein. Ne, scheiße. Oh, jetzt haue ich ab. Der geht mir nicht auf den Sack, der scheiß Keyword. Der hält dich immer fest und dann hast du das Problem. Oh, hier ist eine Krypta. Ja. Leute, wenn ihr mal Felder farmt oder so, ähm... Schnappt euch die Krypta, wenn sie da ist. Die gibt EP ohne Ende. Ideal zum Leveln. So, ich würde sagen, geht mal ganz fix in die schweren Wälder. Weil hier ist das gerade etwas, ähm... Ja, lassen wir mal ganz kurz. Ich finde jetzt hier gerade auf Anhieb keinen Elite-Gegner. Das heißt, wir gehen mal ganz fix in die Wälder. Hier sind immer welche, die nur darauf warten, gelootet zu werden. So, Geisteswanderer ist übrigens, ähm, für... Ja, unsterblich für einige Sekunden. Kann man einfach mal schön durch die Gegner huschen, wie man gerade gesehen hat. Ja. Also, entsetzen, verdoppelt unsere Rüstung und fiert die Gegner weg. Kann man auch mal kurz einsetzen, wenn es eng wird. Oder einfach, wenn es gerade in den Kampf reingeht. Wir warten mal ganz kurz, bis das Ding bereit ist. Bevor wir da jetzt gleich reinspringen. So, ich lasse mal ganz kurz unser Fenster hier offen. Damit ihr mal die DPS-Zahlen, beziehungsweise unsere Screen-DPS ansehen könnt. Und mal wirklich gucken könnt, was das Ding gleich ausmacht. Jetzt bei 311.000. So ein bisschen wie ein Saiyajin, wer kennt es nicht? Dragon Ball. So, zack, und dann geht's schon los. Und Voodoo rein. 470.000. Dann, für jede Heilkugel, die wir kriegen, ver... Ja, erhöhen wir nochmal unseren Schaden. Jetzt habe ich gerade vielleicht ein Problem mit der... Mit dem Mana. Ich wollte schon Wut sagen. Ich sag immer Wut. Natürlich nicht. Zu wenig Gegner hier. Ja, nur aber. So, jetzt müsste ich eigentlich meinen Geisteswandel zünden, weil dann kann mir die... Der Frost-Schaden eigentlich relativ Wumpe sein. Ich zeige euch das in der ganzen Zeit. Und dann kriege ich auch keinen Schaden. So, guckt mal euch die Critzer an. 1,2, 1,7, 2 Millionen pro Hit. Das ist wirklich extrem. Ihr seht auch selber hier einen Liter, wie schnell der runter geht. Je nachdem, wie viel... Moment. So. Je nachdem, wie hoch hier meine Seelenernte ist, lässt sich bis zu 5 stacken, erhöht sich natürlich noch der Schaden. Und für jede Heilkugel, die wir finden, erhöhen wir nochmal den Schaden. Das heißt, wenn wir 5... Auch 5 Heil, also bis zu 5 stackbar, wir 5 Heilkugeln finden und den Voodoo reinklatschen, dann haben wir um die 700.000 bis 800.000 DPS. Und dementsprechend hauen wir dann mal eben 2,5 bis 2,7 Millionen Critz raus. Also wirklich extrem gigantisch. Goblin auf MP10. Kein Problem. Wer denn reinkommen wird? Komm her. Ekelhafter. Na gut, der. Der ist kein Problem, den kriegen wir. So. Und der Bild, beziehungsweise mein VD war eigentlich recht günstig, kann man sagen. Also er hat mich gekostet 1,5 bis 1,6 Milliarden. Also eher 1,5 Milliarden. Ich habe seitdem nicht mehr wirklich aufgerüstet. Und im Vergleich zu meinen Barbaren ist das wirklich ein Schnäppchen, kann man wirklich sagen. So, probieren wir das hier nochmal ganz fix. Ach, ich hau den Voodoo rein und sterb. Das ist so typisch. Das ist wie beim Barbaren, wenn du Bersi rein haust und direkt danach stirbst. Ewig lang CD. Aber naja, schnell zur Stadt. Schnell, 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 schnell. Das wäre jetzt hier mein VD. Ganz kurz zu den Stats. Hat nicht die besten Stats, wie gesagt. 1,75 IAS. Also Angriff pro Sekunde. Umso weniger, umso besser. Weil man klatscht sonst die Mana raus und kriegt die einfach nicht rein. Kritische Trefferschanze beträgt fast 60% und Trefferschanze 421%. Da geht noch was. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht so viel rein investieren. Jetzt vor dem PTE, beziehungsweise vor dem Patch, vor dem Add-on. Naja, lassen wir. Zum Level nutze ich dann immer gerne den Höllenfeuerring. Ich habe schon ein rotes Steinchen drin. Das ist dann immer ganz angenehm. So, das wäre jetzt hier mein kleiner VD, den ich wirklich derzeit extrem zocke. Also ich bin jetzt mit Paragon 71. Guckt euch mal die Spielzeit an. Hexendoktor hier 65 Stunden. Ist wirklich gar nichts. Also das ist so verschwind gering und dafür schon 71. Also das lässt sich wirklich wieder sehr, sehr schnell leveln. Dann haben wir Kraxelos, unseren 100er. Das ist so ein bisschen der, ja, Tank-Barb, wie ich ihn gerne nenne. Ich schmeiße ihn gerne mal im PvP rein und dann können da Leute auch nicht reinklatschen. Und es passiert nicht so viel. Also es ist halt einfach ein kleiner Tank hier. Ihr seht es an der HP, 220.000. Ich hatte 250.000. Ich habe irgendwas verloren. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Also 9-Wort-All-Rest-O-Umschnitt. Natürlich überhaupt kein Schaden. Wir haben Schaden von 16.000, also nichts. Aber ich zeige euch das gerne mal ganz kurz in den Fällen des Elends. Schmeiße ihn mir einmal hier rein. Ich habe auch gerade, ach so, ah, okay. Ich habe auch gerade gar keine Skillung dafür drin. Rüstung geht noch was, merke ich gerade. Und ihr seht es also, man kann hier echt relativ viel stehen bleiben. Ich komme hier noch ein bisschen Leben erhaschen. Ein bisschen hochhealen. Ah, hier fehlt jetzt ein Teil, merke ich gerade. Also irgendein Teil fehlt. Ich hatte 52k DPS und natürlich die passive Skillung. Skillung ist auch wieder eine Krypta. Verdammt, ich finde hier mehr Krypta als das andere. Irgendwas mache ich falsch, wenn ich nicht aufnehme. Gib mir mal alle Leben hier. Aber das Problem ist halt, heilt mal 220 beziehungsweise 250k HP hoch. Dauert eine Weile. Das Wort hier ist mehr so, wie gesagt, so ein Just-for-Fan-Bild. Ich habe halt einen Hunderter, den wollte ich nicht unbenutzt lassen. Deshalb habe ich hier jetzt ein komplettes Gear drauf, was halt immer so Orders hat, was einfach schöne Rüstung bringt. Das wäre es einfach zu unserem Hunderter-PVP-Char hier. Dann haben wir noch unseren Boom-Sorg. Der ist allerdings gerade etwas nackig, weil ich habe zwei, drei Items von dem auf unserem WD gezogen, um ein bisschen Gold zu sparen. Kann man bei Bedarf wieder zu unserem Boom-Sorg zurückswitchen. So, ich zeige mal, was zeichnet. Oh, okay, Schultern, die Teile. Also jetzt seht ihr schon 109k DPS. Normalerweise hat er um die, ich weiß gar nicht, 240, 200, 250k DPS. Müsst ihr ungefähr, wenn ich mich richtig erinnere. Ist aber derzeit, wie gesagt, unbrauchbar. Ich müsste halt vom WD die drei Teile rübers holen. Ich habe, wobei, ich habe hier noch eine schöne Geisterstunde, die auch sendet ist. Die hier als Beispiel. Zack, 30.000 mehr. Dann holt man noch ein schönes Ammo rein. Schönes, äh, schöne Handschienen und dann Armschienen, Entschuldigung. Also, ist wie gesagt ein Boom-Sorg. Typische Boom-Sorgen, wie man es halt kennt. Auch schon Guide-Roll gemacht. Schaut euch mal auf dem Kanal bei mir vorbei. Da seht ihr es dann auch unter der Sektion Guides. Ganz alt, klatte, klassisch. So, die Skills erkläre ich jetzt nicht nochmal einzeln. Wie gesagt, guckt euch auch die einzelnen Guides dazu an. Und wenn dich das interessieren sollte, von denen habe ich auf jeden Fall hier schon einen gemacht. Von meinem Bab auch. Von WD kommt noch. Ist, äh, ja, vorgenommen. Irgendwann. So, das wäre dann auch der gute Herr. Was haben wir noch so? Wir haben hier Maori. Okay, das ist der. Krax, unser Hatshecha, der ins Gras gebissen hat. Kann man sich nochmal ganz fix angucken. Helden archivieren. Nein. Niemals. So, dann gehen wir ganz kurz hier auf unseren Toten. 8200 DBS hat der gehabt. Also Level 60 und dann in Folge 77, glaube ich, ist der gestorben. Oder 76 irgendwie so. Guckt es euch mal an. Und, ja, er hat... Ist halt komplett self-found, ne? Dementsprechend merkt man wirklich mal, wie schwierig das ist, auf self-found zu spielen. Als Vergleich. Ähm, unser neuer Barb ist der hier. Auch self-found. Natürlich jetzt mit viel mehr Rüstung. Also das Doppelte sehe ich gerade mal. Wow, wir hatten wirklich wenig Rüstung, ey. Also 6400 Rüstung und, äh, knapp 12.000 Schaden. Lässt sich wirklich auch ganz angenehm spielen. So, und das Rest, die restlichen Chars sind einfach so, äh, ja, Langeweile-Chars. Die habe ich einfach so just for fun hochgelevelt. Unser Mensch, mein erster Charm, mein Main-Charm gewesen. Ähm, seit dem Power-Gon-System auf Patch 1.05 oder wann das kam, äh, habe ich den nie wieder angerührt. Hier mal ein bisschen ausgerüstet und, äh, was ich so gefunden habe. Dementsprechend sind die Stats auch hier und da mal ein bisschen höher. Aber ansonsten... Moment, da. Also der hat wohl da 3k DPS, wie gesagt, äh, der ist self-found, was ich so gefunden habe. Im Laufe der Zeit habe ich halt hier reingeballert. Und habe ich denen auch keinen Gold-X rausgegeben. Dann haben wir unseren Lange-Char, Legendär Ringolos, der für Ringe, äh, zuständig war. Der hatte ich, äh, komplett voll mit, äh, Höllenfeuerring. Habe ich jetzt aber mittlerweile alle verkraftet, glaube ich. Also ich glaube, der hat gar nichts mehr da. Und dann haben wir noch Samor, unser Demon Hunter. 303k DPS, allerdings mit Scharfschütze. Was nochmal extrem hohen Schaden bringt. Ist aber auch, äh, fast komplett self-found. Ein, zwei Teile habe ich, glaube, ähm... Ne, das habe ich gefunden. Ne, ist komplett self-found. Ja, der ist komplett self-found. Okay. Dann habe ich mich geirrt. Also der ist komplett self-found. Ähm, wie gesagt, wenn ich was auf meinem Barb finde oder so und ich habe Langeweile, dann gucke ich halt gerne mal auf die anderen Chars und... was die so gebrauchen können, ne? Ist immer ganz angenehm zu gucken. So, ich muss noch ganz kurz gucken. Was haben die denn so hier... Ach, hier eine Seite schon wieder. Danke an die Sponsoren übrigens. Legendär, Neringolus hat auch nichts mehr. Dann Kraxelus, der hat auch noch die Waffen. Ja, und das sind halt... Die vegetieren immer alle so ein bisschen zum Lager-Chars hin, ne? Aber, ja, so ist das halt. Kennt jeder, glaube ich, das Problem. Also ich freue mich echt auf die 15, äh... Slots bei Reaper of Souls, die man dann hat. So, ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Das hat euch einen kleinen Einblick in meine Spielweise, in meine Diablo-Welt gezeigt. Wenn es euch gefallen hat, dann... ist das schön. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Ciao, Leute! gohOoOoOoOoOoOOOoOoOpT